Du hast gesehen Decker, sie wollte nur reden. Hört mal deine Puh an! Gehst du in Wüste oder was? Guck mal, wir haben in meiner Hand sein Ziel. Großer, wo geht's hin? Geil! Was geht? Heute ist glaube ich das erste Intro, was wir jetzt hier abgeben. Wir sind reingedasht, holen jetzt ein Bierchen noch, zwei, drei vorgezischt. Wir wollen nicht so viel sagen, 10.000 Leute hier um mich. Unangenehm zu sagen, Chopper, eine Frage, jetzt ganz schnell, zack in die Kamera. Für wen sind wir denn eigentlich? Yo, Ergebnis für heute. Neulich Dicker. Wir sollten 3-0 hinkriegen Dicker. Zweitligisten Dicker. Wer hat da 3-0? Ja. Wer denn sonst? Ich verstehe die Frage nicht Dicker, ich verstehe die Frage nicht. Nur nach Hause! Nur nach Hause! Geh mir nicht! Ja! 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 Genau das! Chopper! Regel Nummer 1 in der Halbzeitpause, allgemein wenn ihr Bier holt in der Ostkurve, Leute, oder allgemein wenn ihr irgendwo Bier holt und ihr in irgendeine Schlange stellt, bedeutet Regel Nummer 1 ist, der Berliner oder der allgemeine Roll kann man sagen, stellt sich nicht ganz hinten in der Schlange an. Die ersten zwei sind deine Plätze, die ersten zwei wirklich einfach rein. Glaubst du dir sagen was? Glaubst du mir sagen irgendwas? Zeig mal! Zeig mal! Zeig mal! Zeig mal! Zeigen wir? Komm wir gehen rein! Ja zeig mal! Zeig mal! Zeig mal! Zeig mal! Zeig mal! Zeig mal! Du seid nicht erinnert! Wir wollen alle besoffen sein! Zeig mal! So! Herzlich willkommen zum Ende des Spiels! Ich bin, nehmen wir an, hundertprozentig ist Salzgeladen. bin ich absolut 200 prozent spiel ich habe realtalk nicht einigen minuten mitbekommen wir haben unseren job erledigt die spiele kamen nicht zu den fans ich habe alle meine jungs verloren und ich hoffe jetzt soll ich mal schütze nebst du kaum mehr ja meine mitte sind komplett ausgesaugt ich bin nur noch eine leere hülle das ist komplettes traumwetter auf dem kater in der sonne es ist immer sehr ringt regel nummer eins wirklich in den guten kater hat sport alles ausschwitzen deswegen wir haben uns eigentlich gerade schon verloren im gleis dreieck gesehen aber haben uns dann entschieden den basketball zu holen ja wie auch immer bezogen ist basketball nehmen die sonne mit schützen alles aus kein power nap und dann geht es heute wieder raus ein bisschen was zu erleben das wochenende mitzunehmen den schief leben das leben eines schiefs arbeiten rausgehen passen arbeiten rausgehen hassen perfekt ja alles perfekt sinn gemacht wirklich genau so ein tag wie jetzt schöner freitag 25 28 grad damals in der grundschule das war der absolute traum man weiß entweder hat man hitzefrei bekommen oder man ist mit der ganzen klasse raus auf den spielplatz oder auch ein eis essen gegangen da du es gerade erwähnst guck mal genau das ist meine grundschule charlotte ist alle mein charlotte wow 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 保מ�録 wow wow ja dicka die rippe sind scheiße dicka diese fatten ok cut Ja, ich würde mich schwitzen. Es ist 30 Grad, es ist 3.50 Uhr. Ich bin mutiert betrunken. Die Welt wird verloren. Ich bin da auf dem Weg nach Hause. Ganz alleine. Handy ist bald leer. Sie ist gesicht. Dieses gesicht ist gebrochen. Diese Worte, die ich gerade geteilt habe, ist gebrochen. Ich auf mein Herz wirkt. Und rein. Oder raus. Oder rein. Ich bin verloren. Das soll so sein.